für den Hedi, muss ich sagen. Hallo? Guck mal, das... Hallo? Gun. What the fuck? Mein Bro ist ja übeltoxic. Was hab ich da gerade gesehen? Imagine mal diesen Modus mit VPN oder auch in A-Server. What the fuck? Man muss so Spaß haben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Jetzt wäre Lodo halt Big. Load out. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Was ist das hier? Ich hab so Spaß. Aber ich hab grad so Spaß. Yippie. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Das ist so shit alle. Wo bin ich hier grad? Jetzt muss ich aber... Kann ich auch sagen, warum ich hier so ein Lobby hab. Weil mein Team... jetzt glaub ich beide ein bisschen... ...äßend... ... Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. ... 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 Nein, 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 nein Nein, 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 er ist peaked Aspekt, Aspekt, da no skin, what the fuck What even is that, man? Aspekt, er snockt eh, ne? Ah, ich glaube, hier ist jetzt erstmal tot Alle Get, get UAVs, boys We need UAVs Dann probieren wir mal die Bullfrog aus, Chat Oh Okay Achtung, Drohntreibstoff ist knapp, zurück zur Basis zum Nachtanken Schnell weg hier Wir haben Heli, ne? Das ist geil Verbündete Drohne ist in der Luft, Radarsuche wird gestartet Das could be massive game, this Chat Ich brauche nur Cash, 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 ich nehme das hier an, hoffe, dass es auf irgendein Ein schlechtes Team geht, die ich kurz viben kann Und dann haben wir ein Heli Und ein Gucci to go By the way freue ich mich, wenn die Fahrer nicht mehr Meta ist, ich mag die Waffe nicht Warte mal, ich hab den grad getötet, ist es der im Heli? Das könnte der im Heli sein, ne? Weil ich hab den halt ohne Spaß eben getötet Das ist ja auch Das ist ja auch Warte fack, man I'm just twisted on the sticks right now Fahrer ist nicht Meter Wie? Fahrer ist nicht Meter Das ist in deinen Augen, Meter Hä? Wenn die Waffe nicht Meter ist, dann weiß ich nicht, was Meter ist Oh, ich geh wieder zurück zu Hospi Keep the UAVs coming Oh, haben die Geist? Please no Ich hab auch kein Selfie-Vive Selten Sad Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs Geht's um Loaded Das Gas breitet sich aus Neue Sicherheitszone gefunden Muss ich halt wirklich für ein Ding poppen, oder was? Das Kopfgeld wurde ausgekaltet, gut gemacht Nein 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 Ah Was auf dem ping So bad so bad Mika Mika what are you doing Brauch halt UAVs Wie halt eigentlich Solo Squad gerade Alter hat bei dem Mann gerade gekracht Alter hat bei dem gerade gekracht Da hat so gekracht Ja ja das ich glaube da haben wir den Beweis für die Lobby Ich da meinen Teammate sehe Der da rumkreischt hat Oben sind vier Ich hoffe mal dass der kein Selfie-Walve hat Oh mein Gott So sad Ist einer hier ein bisschen weiter unten oder was? Ja ey das XM40 wie stark sein soll habe ich gelesen Aber habe ich selber noch nicht ausprobiert Ich bin in den Truck Nein Achtung Drohntreibstoff ist knapp Zurück zur Basis zum Nachttanken Ich habe drei Monitore Das ist so eine krasse Lobby-Chat ohne Spaß jetzt Ich beleutere einfach noch Leben Pop mir bitte UAVs I need UAVs in my life right now UAVs, UAVs Wie viel Herz? 240, 140 und 60 oder so Der Feind nähert sich Der Feind nähert sich Der Feind nähert sich Nein das kann jetzt nicht wahr sein Das kann jetzt nicht wahr sein Oh mein Gott Das kann nicht wahr sein Ich muss diesen Typen töten Und ich kann einfach hier loadout landen Auch ganz entspannt Alter mir fehlen 200 zum Readings Das Gas weitert sich aus Sicherheitszone verlegt Vorratskiste identifiziert Position wird markiert Nein Da war noch so viel Kills on the line Da oben sind halt welche Das ist Time Waste Da oben sind halt ganz oben ne Aber Ich geh mal hier so Richtung Stadium Und so Da müssen auch welche sein Achtung Du wirst an einem feindlichen Team verfolgt Auftrag aktualisiert Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert Was willst du denn Junge? Ich brauche UAVs Ach du Scheiß Das ist so ne Botlobie Wenn ich da jetzt unendlich Rebyes hätte Oh mein Gott Verbündete Drohne ist in der Luft Das Missionsziel lautet Das Kopfgeldziel aus Achtung Drohnen Zurück zur Wartung Nachgang Du kannst ja nicht mal looten für Cash Scheiß drauf Das ist so ne geile Lobby Oh mein Gott Das ist so geil Das ist so geil Ich möchte den nächsten Gegner Die haben geiles Wo wurde er denn gesnipet? Das habe ich jetzt nicht so ganz Du bist sicher Du hast die feindlichen Verfolger abgehängt Der Feind nähert sich Alter das ist so geil Das ist so geil Geht weg Teammates Das sind meine Ja das ist so krank Das ist so krank Das Gas breitet sich aus Neue Sicherheit Die da oben wasten halt Todes Time Weil die da auf diesem Turm sind Da brauche ich gar nicht hin Die da haben Auto Okay Wir try ein bisschen Weg da von dem Das Gas kommt Noch 50 Wo ist denn der Typ hin? Ich denke jetzt will ich jetzt eigentlich noch eine Drohne kaufen Eigentlich für die Selfie Weil ich gleich auf dem Dach bin Aber ich glaube wir kaufen einfach noch eine Drohne No risk no fun Drohne erreicht Einsatzgebiet Hier geht es gar nicht hoch Wo geht es denn hier hoch? Hier ist es so eine kranke Lobby Ich weiß nicht auf welchem Stockwerk die da rumeiern Das Gas verbreitet sich Schnell in die neue Sicherheitszone Alter ist das verrückt Er nimmt einfach meistgesucht an Weißt du was wir jetzt machen chat? Wir gehen jetzt kurz Atmen kurz durch Ich gehe jetzt zum Shop Wo eine Drohne Selfie Wo noch eine Drohne Ich habe gerade so viele Kills Oh mein Gott Oh mein Gott das war knapp Das war fucking close dude Ich hab jetzt schon mal Ich habe mir das Ich habe mir das in der höheren Position Das ist so krank. Oh mein Gott, das ist krank. Und ich habe noch Zonenlack. Ich habe gerade so einen dicken. Der glaubt gar nicht wie dick meiner ist. Chat. Toll. Einer ist auch unter mir, komm. I wasted so meine Zeit, der Typ hier. Komm. Nicht gefordert werden vom Airstrike. Esser ist das. All good, we are chilling, we are chilling. Mein Gott, wo ich hinlaufen muss, what the fuck. Das ist jetzt schalt. Das ist komplett schlecht. Die machen hier den Chuck her. Die machen den Chuck her. Aber keine Gasmaske. Hat der mich hier gesehen? Oh. Nicht auf mich. Nein. Nicht auf mich. Nein. Ich habe 50. Ich habe 50. Chat. 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 Wir haben es noch geschafft. Wir haben es. Ich habe irgendeinen Kill bekommen. Ich habe irgendeinen Kill bekommen. Ich habe irgendeinen Kill bekommen. Ey. Jetzt ohne Spaß. Chat. In der Lobby. Ein Teammate. Ein. Also. Ein. Also. Die haben das. Die waren. Arbeitsbienen. GGs. Aber ein Teammate, der die ganze Zeit für mich drohen poppt. Ohne Spaß. 65 Kills. Weil ich hatte so. Zweimal. Wo ich einmal gesagt war. Danach. Wo ich so ein bisschen Leerlauf hatte. Es war so eine geile Lobby. Ach du Scheiße. Ja. So Spaß gehabt. Aber fucking. GGs. Du spielst ja wirklich VPN und so. Ich zeig kurz. Und ich habe mit Auffüllen gesucht. Sebastian Cutter ist noch ins Video. Ich habe mit Auffüllen. Das heißt. Ich habe wahrscheinlich schlechte Team jetzt bekommen. Deshalb Bot Lobby. Ich habe sonst nie so Spaß.